Ah, wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Jetzt nicht abhauen. Da muss ich auch mal einen Kill machen. Schon immer kommt der Imbawe! Der klappt immer die letzten Kills hier, der sch... Puschen sie jetzt ganz schön wieder zurück. Der Imbawe macht sie alle platt. Ich schieß die klein und er macht sie platt. Ich bin Slay Bee und wir spielen eine neue Runde, die zweite Runde sozusagen, Paladins. Und wieder mit dabei ist der nette Herr Nurey. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, die erste Runde war ja schon ganz, ähm, naja, okay. Oh, Moment, wartet. Ich muss schnell... Wieso? Verdammt, okay. Mein Gott, hier muss man sich auch schnell entscheiden. Jep. Okay, du spielst wieder mit der... Tinessa. Tinessa, danke. Und ich spiele mit der Tyra. Und die kann unter anderem einen Flächenbrandschaden machen. Ähnlich wie, und ich muss wieder darauf verweisen, bei Dirty Bomb & Stoker, den wir auch noch nicht angespielt haben. Davon muss auch noch ein Let's Play rauskommen. Okay, wir haben noch vieles in der Zukunft zu tun. Es gibt also vieles zu sehen, aber jetzt erstmal spielen wir Frosthöhlen. Ähm, gegen diese Gegner hier. Wir haben hier auch Mirrors dabei. Das bedeutet, ich spiel Tyra, aber im Gegner-Team spielt auch eine Tyra. Genauso wie diese Knessa. Die ist böse. Okay. Der Victor ist auch doppelt. Okay, dann, ähm, wählen wir hier dieses einfache Deck aus. Wie ich schon in der ersten Runde erklärt, man kann hier so ein Deck sich zusammenstellen. Äh, und jeweils aus sechs, äh, zehn Punkten zusammen. Und wir wählen jetzt hier dieses Set, weil das schon so vorgefertigt ist und wir noch am Anfang von dem Spiel sind und wir es heute erst für uns gefunden haben. Und wir wählen wieder heilsames Töten aus, weil wir dann bei einem Kill geheilt werden. Und das finden wir absolut praktisch und deswegen wählen wir es aus. Nuray? Ja? Was wählst du aus? Äh, das Schild, mit dem ich weniger direkten Schaden bekomme. Äh, gegnerische Heilung verringern bei einem Treffer. Oh, das ist auch gut. Ja, das stimmt. Und, äh, wenn ich jemanden töte, beziehungsweise jemand getötet wird, werde ich geheilt. Ah, okay. Man kann das ja auch sehen, wenn ich auf Tabulato drücke, dann sehe ich auch, was du ausgewählt hast. Aber ich wollte dich trotzdem fragen, weil ich das mit der Tabulatotaste jetzt wieder vergessen habe. Aber gut, das besorgt das. Ah. Mhm. Okay, wir müssen hier... Schöne, schöne Gegend hier. Sehr schön gemacht. Oh, ich hab die noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie die geht. Ähm, wie gesagt, wir machen das alles jetzt hier spontan. Aber, spontan muss ja nicht gleich schlecht sein, ja? Oh, shit. Jetzt, äh, äh, bewegen wir uns mal ein bisschen hier fort, weil wir sind ziemlich angeschlagen. Gibt es hier irgendeinen Supporter, dem ich mal... Ah, okay. Ich bin von selbst geheilt. Ich schmeiß mal da so eine Brandbombe hin. Oh! Das hat was gebracht. Die sind alle, die sind alle verletzt. Okay. Ich bin tot. Ja. Ja. Ja, okay, gut, ja. Wir haben noch nicht genügend Punkte. Wir brauchen mal... Ah, doch. Wir könnten das hier machen. Äh, von Kontrolleffekt. Das brauchen wir aber jetzt nicht. Wir fangen jetzt einfach. Wir gehen jetzt sofort wieder rein. Äh, wo ist denn unser Kollege? Wo ist er denn? Ah, shit. Ich lauf gegen ne Kiste. Wo sind die Gegner? Da sind die Gegner. Okay. Mal gucken, ob die Brand... Also die Brand... Was? Wie? Wir gucken uns jetzt nochmal die Wiederholung an. Die Kinesa ward. Die gegnerische Kinesa. Mhm. Ach du Schande. Die ist aber wirklich giftig. Also ihr müsst entschuldigen, wenn hier noch nicht, ähm, sondern die Wahnsinns Sky von meiner Seite aus gespielt wird. Beim New Rage 1, der kann von Anfang an direkt die Spiele direkt perfekt. Aber... Jaja. Aber bei mir ist es noch ein bisschen, äh, ich brauche meine Anfangszeit. Und au, hier ist Feuer. Kleinen Moment. Warum sind die denn noch direkt wieder da? Die sind sehr stark, die Gegner. Oh, Schande. Also ich glaube, ich muss mich jetzt noch mehr zurückhalten. Obwohl, es war schon... Wir waren ja schon relativ... weit... zurück. Können wir denn noch irgendwas kaufen, was irgendwas bringt? Ne, wir haben 95 Credits. Das bringt nichts. Wir gehen jetzt einfach mal hier... Wir bleiben jetzt mal hier oben. Da hinten ist ein. So, den, den da muss... Der, der wird, der wird stemmen. Hey! Hey! Okay, 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 okay. Okay, ich glaube, das war ein Doppel. Das war gut, das war gut. Aber... Wir müssen die aufhalten, ne? Ja. Warum laufe ich manchmal so, so komisch? Ich weiß nicht. Äh, mal gucken. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich traue mich jetzt nicht. Da. Ach komm. Okay. Okay, alles klar. Alles gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hat das jetzt was gebracht? Offenbart. Wir sind auf jeden Fall erkannt hier. Ähm... Okay, der hat einen umgebracht. Das war gut, das war gut. Jetzt von der hinten, von der hinten... Oh, oh. Weg, 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 weg. So, dem da können wir noch ein bisschen Schaden zufügen. Okay, das war... Okay, aber das war nicht unser Kill. Ist egal. Wir wollen jetzt erstmal am Anfang gewinnen. Wenn wir dann gewonnen haben, dann können wir uns immer noch darüber unterhalten. Wie gut wir doch sind. Willst du mal sterben? Okay. Rechter Seite? Ja, ich bleib bei dem Ding hier. Okay. Na, ist okay. Dann nicht da, äh, für da willerei irgendeiner da kommt und sich da anschleichen und ganz so pusht. Okay, jetzt von da. Oh ja. Okay. Das war schön. Ähm, also ich mach zwar vieles hier, aber ich krieg irgendwie keinen Kill hin. Das... Ja, das... Ja, das... Ja, das war schon wieder die Kinesa. Oh, ey. Ha. Äh, ja. Ich weiß doch nicht, welches Level wir sind. Kann man das hier so sehen? Hm. Also, es gibt noch sehr viele Frauen. Wagen zu dem Spiel, muss ich wirklich sagen. Aber... Kannst du mal absteigen. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Hier wurde... Brandfeuer hier hingelegt, aber das... macht uns jetzt keinen Schaden. Weil wir nicht reingelaufen sind. Äh, wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Jetzt nicht abhauen. Musst ich auch mal einen Kill machen. Schon immer kommt den Imbawe. Der klaut mir immer die letzten Kills hier, der sch... Puschen selbst ganz schön wieder zurück. Der Imbaway macht sie alle platt. Ich schieß die kleinen und er macht sie platt. Weh. Ich bin ja voll am rumheulen. Muss man mal erwähnt haben. Erwähnt haben. Erwähnt haben. Das ist gut, gefällt mir. Oh ne, ich verbrenne von meinem eigenen Feuer. Das ist gut, das ist toll. Jetzt kommen sie hier von der Seite. Ah, das gibt es nicht. Oh man. Man kotzt mich an. Immer ist der Gegner dann so klein gewesen vom Leben her und dann denk ich, oh machst du noch einen Schuss, dann ist ein Tod. Hast du schon so viel drauf geballert und dann Imbaway, Imbaway, Imbaway. Imbaway. Ja, also wie gesagt, das ist die zweite Runde. Imbaway. Wir werden in der zehnten, elften, zwölften, zwanzigsten und achtzigsten Runde besser hier rüber reden und vielleicht uns auch besser anstellen, weil wir wissen es ja noch nicht besser. Ähm. Wie gesagt, Ziel ist es ja erstmal, dass wir überhaupt, oh oh, gewinnen. Wo ist der jetzt hier? Da ist die Ladung. Oh nein, oh nein. Ich hab hier Angst vor jedem, der mir zu nahe kommt. Oh nein. Oh komm schon. Die ist blöd. Ich mag die nicht. Ich möchte wechseln. Mann. Also irgendwie, also äh, von meiner Seite aus war das jetzt nicht so Sonne nicht gut. Na, ich fand das auch nicht so gut wie ich gespielt hab. Wie fandst du denn deine, die Kinessa, wie findest du die denn so generell? Ich find die, ich find die sehr gut. Sehr stark. Okay. Ja gut, ich hab gemerkt, sie hat mich über jeden Fall umgebracht. Aber, ach, ich weiß ja noch. Deine Waffenangriffe fügen Schilden mehr Schaden zu. Steigert Nachladertempo. Äh, Einsatz bereiten Vorrichtung Schaden zu. Oh, das ist auch nicht der Fall. Oh, was holen wir denn? Den Moralschub find ich den so nicht so wahnsinnig. Ah, machen wir eben halt das Dor und dann das Lor. Und dann machen wir hier noch generellen Schaden von den normalen Angriffen der Feinden wird reduziert. So, jetzt müssen wir versuchen den Wagen hier ein bisschen zu pushen. Was ist das da? So, ich kann auch hier werfen. Oh, das gibt es nicht. Ich bin nur am sterben. Komm, wir gucken dir zu. Wie geht das denn? Äh, ich bin schon wieder im Spiel, ne? Ich kann dir leider nicht zusehen. No. Weil, also bei mir ist... Ist das schlimm? Also bei mir ist grauenvoll, also äh... Ich weiß nicht. Ich mein, wir kommen voran. Ich mein, wir äh... Ja, danke für die Heilung. Oder was auch immer das jetzt war. Der da hat einen coolen Schwein, dem geht es anscheinend gut. Ähm... Hm. Na, komm, ey, ich werd hier von dem, von dem Wagen geschubst. Au, au. Du sollst den Wagen schubsen, ne? Der Wagen dich. Ach so, ich hab das jetzt missverstanden. Ich schmeiß jetzt einfach mal so Feuer hin. Vielleicht kommt das ja an. Ich geh einfach mal in die Corner hier. Hinter dir. Äh, shit, shit, ja, ich war zu spät. Äh... Runde 2, ne? Sterben einfach gemacht, ja. Sozusagen. Dann, äh... Gehen wir mal hier runter. Dann... Laufen wir mal den Leuten hinterher. Also im Moment ist noch, ne? Paladin heute Abend für uns so gefunden als... Als Spiel. Und... Ja. Ist noch nicht so ganz verinnerlicht, ne? Von der Technik her, was die Helden können. Aber wir werden das schon irgendwie herausfinden... Mit der Zeit. Und an sich... Ich meine, wenn man die anderen Spiele kennt, so... Äh, dann... Müssten wir wissen ungefähr, wo der Sinn dahinter steht. Und apropos Sinn, du kriegst jetzt mal Feuer hin da. Na? Nein, nein, wir müssen weg hier. Ähm, ah ja, hier, äh... Getötet von Nurei? Was? Getötet von Nurei. Was? Der stand getötet von Nurei. Ich hab's aufgenommen, wir können das noch mal nachgucken. So hast du mich getötet. Ähm... Ich kann... Ne, keine Ahnung. Hä? Das traf ich jetzt nicht. Das müssen wir uns in der Wiederholung nochmal ansehen. Will ich auch geklärt haben hier. So... Wir müssen das Ding noch 1% nach vorne pushen. Ähm... Ja... 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 An mir lag's nicht. Ja... Aber man, mir. Also... Dass wir... Beinah verloren hätten. Ähm... Victor! Aber wieso stand gekillt von Nurei? Da... Ne Ahnung. Kann man das... Oh, die will erklären. Uh, der war gut. Der war gut. Ähm... Äh... Oh, noch einer. Oh ne. Der war schön. Ich will auch Victor wieder spielen. Vielleicht spielen wir wieder in der dritten Runde. The Victor. Ähm... Ihr könnt ja gerne irgendwie, äh... Tipps reinhauen. Was ihr denkt, was man besser machen könnte. Aber bitte, bitte schreibt jetzt nicht 20.000 Kommentare, wie man's besser machen könnte. Wir sind dann noch in der Übungsphase. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem so ein ganz, ganz klein bisschen gefallen. Entscheidet es selbst. Ich wünsche euch trotzdem noch eine gute Zeit. Und, ähm... Nurei, hast du noch was dazu zu sagen? Ähm... Nö, eigentlich nicht. Gibt nichts mehr zu sagen. Ja, verstehe ich. Ne, ich hab einen Plan in der Tasche. Alles klar. Okay, gut. Ja, alles klar. Tschö. Tschö, 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 tschö.